Wow! Was für eine Enthüllung! Du verdrehst mir echt den Kopf! Und auch meine Beine! Tada! Ich fühle mich so inspiriert, nachdem ich das Kunstprojekt gesehen habe. Das muss ich Brooklyn erzählen. Ich fühle mich so inspiriert, Brooklyn. Malibu, mir geht's genauso. Und ich hab auch schon eine Idee. Toll! Genau wie wir unsere Outfits verwandeln, drücken wir unsere Gefühle aus, indem wir diesen Ton hier in Kuss verwandeln. Superstar! Danke euch, danke euch! Wir sind die Süßis und wollen beweisen, dass der Ausdruck von Gefühlen nicht nur wichtig ist. Es macht auch Spaß! Wuhu! Ja! Hä?